Moin moin und willkommen zum zweiten Teil vom super duper dollen Bus Simulator 18 Video. Viel Spaß. Da müssen wir alle Berge. Ja sag ich doch. Da hinten sind sogar Berge. Diese Berge sehen auch so scheiße aus, ne? Das ist einfach irgendwelche geometrischen Formen zusammengewürfelt. Wieso fahre ich die 83? Ich kann doch 84 fahren. Ich glaube ich habe meine Fahrkarte verloren. Ich kann sie nicht finden. Ja da hast du Pech gleich wird kontrolliert und dann macht es Ping Pong im Karton. Ja ich werde auch gleich irgendwo rein crashen, weil die Autos im Weg sind. Und die werden jetzt erstmal weggeräumt. Raus aus Deutschland. Aua. Wofür habe ich denn jetzt 40.000 Strafwerk gekriegt? Ich kriege das einfach random. So ja hier kriegst du mal 40.000. Verpiss dich LKW. Das ist meine Spur. Bist du denn? In Bielefeld. Dann gibt es mich nämlich nicht mehr. Hahaha. So die Kurve wird scharf. Schau. Mäh. Mäh. Weg da. Ey jetzt verpiss dich doch Auto. Hahaha. Das ist richtig Ärger. Ey warum fährt der denn nicht? Vielleicht klopp ich ja alles zusammen. Warum fährt der denn nicht? Jetzt siehst du mal was ich meine immer. Was ist das für ein Hup? Das war mein Schenkelklopper. Da gibt ein Schenkelklopper. Mann, ein LKW vor mir. Oh nein meine Fahrkarte ist nicht in meiner Tasche, ob ich sie verloren habe. Das sind ja jetzt schon zwei. Jetzt fährst du von mir weg. Bleib doch mal stehen. Oh sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Das ist scheiße. Na fahrgäste Auslösche. Mann, jetzt ist das gegenverkehrt im Weg. Lass mich doch durch. Dreh doch auf rückwärts Gang. Er fährt nicht. Was ein Pennerbus. Was ein Pennerbus. Jetzt wirst du schon wieder weg. Ach komm, das ist doch scheiße hier. Mann, jetzt fahr doch nicht. Er sieht doch, dass ich da langfache. Hahaha. Hier sind die Klopfen immer. Ah. Alle aus dem Weg. Mein Bus driftet einfach. Bremse ab Bushido. Hahaha. Bushido. Ey, wechselst du um einen rückwärts Gang oder willst du heute nicht, du? Ich finde es immer wieder lustig, wie wir von Folge zu Folge nicht unsere planmäßige Strecke abfahren, sondern immer irgendeine Reise machen. Ey, vorwärts. Jetzt wohle ich zurückgesetzt. Fahr doch vorwärts. Wer hat die Tür aufgemacht? Okay. Da los. Aus dem Weg. Jetzt ist wegen dem bin ich weg. Ach komm. Dummer. Dummer, dummer. Fahrrücken. Hahaha. So, ein bisschen aus dem Weg hier jetzt. Hier muss ich raus. Nö, hier kommt es doch mal nicht raus. Ich fahr halt auch nur 40. So, ich fahr ein bisschen auf dem Acker. Warum will der auf dem Acker nicht lenken? Jetzt muss ich mich zurücksetzen, weil er auf dem Acker nicht fahren kann, der Idiotenbus. Noch ein Kreisverkehr, die Scheißstelle wieder, Auto im Weg, wie immer. Ich fänd's auch immer lustig, wie schlecht diese Personen hier, diese Attrappen auf dem Weg platziert sind. Die schweben nämlich einfach. Das stimmt wirklich. Auch die Autos schweben manchmal. Also was ist das denn für ein Spiel? Das liegt an den Schweden. Ach, schon wieder falsch gefahren. Der Schäfer... Ah! Boah, ich muss vor... Ah! Ins Mikro. Wo bist'n du? Ach, da bist du. Moin! Okay, nochmal... Wo bin ich jetzt? Tschüss. Nichts Tschüss. Was machst du mit dem L... Der LKW ist weg. Er ist weg. Geh mir weg, Per. Ich ramm dich einmal und hau wieder ab. Du suchst mich die ganze Zeit. Wir treffen uns. Ich ramm dich einmal weg. Und ich bau wieder ab. Pasch! Alter. Tolles Spiel. Wie sich das Auto im Rückspiegel gedreht hat. Der Slalomfahrer. Wack weg mit dir! Mann! Scheiß rotes Auto. Ne, die schweben alle. Alles 1967... In der Kreisverkehr, weißt du was? Das Spiel ist doch scheiße. Los, weg da. Ich muss da durch. Mann! Und du lach nicht so. Ich bin über eine Werke. Ich seh's. Ich bin hier sesshaft geworden. Ich bin sesshaft geworden. Jetzt bin ich auf Krawall gebürstet. Mann! Und dann fliegt da so ein scheiß Auto im Parkschlott. Jetzt bist du auf einmal über mir. Die Autos liegen bei mir. Oh, ich hab ein Schutzschild. Wie ist das aus Autos oder was? Ja. Scheiße, da ist die Baustelle. Bist du jetzt in die Baustelle reingefahren? Jetzt steige ich dein scheiß Kefka ein. Raus da! Alter. Einfach vernichtet. Alter. Ich konnte gar nichts sehen, weil Instant Weiß war. Wir haben einen Bus getauscht. Das ist so gut. Das ist mein Bus. Wir haben einen Bus getauscht. Fahr doch. Das steckt. A7. 7, 7, 7, 7. Oh, ich nehm grad ein Kreisverkehr mit deinem. Ja, ich schieb mir gleich ein Rohr ins Arschloch. So wie ein Vollgeist. Boah, Mann. Ich hatte Vorfahrt, du Idiot. Ja, jetzt guckst du. Jetzt fällst du von hinten nach einer rein. Weg, weg, weg. Alter, was geht denn bei dir aus? Was soll denn? Ich wurde zwölfmal in die Luft geschleudert. Macht euch auf was gefasst, Leute. Wenn er die offener war. Dein scheiß Bus ist kaputt. Komm her jetzt. Ja, ich komm doch. Du bist immer breit. Du nimmst immer viel zu viel Marihuana. Also da möchte ich Rückumtausch garantieren. Bei dem scheiß Bus. Ich nehm den jetzt. Ja, der fährt ja nicht mehr. Achso, scheiße. Da hab ich aber keinen mehr. Ne, ne, halt mal. Das ist jetzt meiner. Okay, Alter. Kann ich mich irgendwie zu meinem Bus transportieren? Ja, kann ich. Ja, ich hab auch wieder einen Bus. Ach, du bist jetzt in deinem? Ne, ich bin in deinem. Was passiert hier? Ich bin grad zu dir gelaufen. Komm mal her. Warum bremst du dich einfach, wenn etwas vor dir ist? Weil ich keine Lust hab zu bremsen, du. Ach, du falsche Autobahn. Ach Mensch, was machst du? Du hältst jetzt die Fresse da hinten, ja? Der Chef fährt jetzt hier. Ja, siehste? Siehste? Das passiert, wenn der Chef hier fährt. Ich komm nicht weg. Ich kann mich nicht mehr missetten. Weil dann die ganze Welt explodiert. Helfer! Ich möchte zu dir kommen und dann musst du das vorführen. Ja, mach doch. Da kommt doch her. Ja, kann ich nicht. Kann ich jetzt hier drüber? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Beweg deinen Arsch. Der ist da hinten noch runtergekachelt. Ach, du kommst von da oben, ne? Guck mal, hier ist ein Stau. Ey, wenn du da oben kommst, ich will nicht wissen, wie groß der Stau ist. Boah, Alter. Ja, ey, ich mach euch schon mal eine erste Aufnahme hier. Ist ein bisschen Stau. Und ich zeig euch mal, was passiert, wenn ich jetzt den Bus resette. Guckt euch das mal bitte an. Ey! Was ist das? Ich verliere gerade an Schwung, weil ich in ein Auto reingefahren bin und ich meinen Bus eine 360-Grad-Drehung gemacht habe. Und ich jetzt im Gegenverkehr hänge. Oh, jetzt ist aber der Stau weg. Jetzt verschiebe ich den hier erstmal. Ist der Stau weg? Ja, ich fahre jetzt alle weiter. Hä, wie? Ich hab noch ein paar Mal die Welt explodieren lassen und jetzt fahre jetzt alle weiter. Das Ding ist, ich hab keinen Schwung mehr, weil ich im Gegenverkehr bin. Und ich bin... Alter, ich hab ne leichte Schieflage. Ah, da bist du. Moinsen! Werner! Ich wollte dir nur mal sagen, du bist... Hä? Du bist bei mir nicht mehr da. Ich weiß, ich bin explodiert. Wo bist du? Ich komm gleich wieder. Hä? Jetzt bist du hinter mir. Du warst gar nicht da. Ich bin ausgewichen. Oh, what the fuck? Ich bin durch dich durchgefahren. Ich will... Ich komm hier nicht weg. Ich kann nicht fahren. Du hast die Hupe vergessen auszumachen. Oh mein Gott! Warte, ich mach auch mal... Abo, warte, bleib mal genauso. Bewegt dich, meine ich. Hä, was ist denn? Den Bildschirm füllen mir. Hä, was ist denn? Was? Okay, Junge. Ich sitze einfach nur gemütlich in meinem Bus. Hä? Ja, bei mir sieht das nicht sehr gemütlich aus. Hä, was ist denn? Ich zeige dir das nachher mal in der Aufnahme. Hä, also... Also for real, ich stehe hier einfach nur nochmal. Du hast irgendeine Bremse eingestellt. Ich bin... Was hast du mit dem Bus gemacht? Du hast den Bus kaputt gemacht. Ich stech fest! Du mieses Drecksschwein. Ich häng hier fest in meinem Ding. Hä, was hast du für eine Bremse reingemacht? Ich häng im Sitz! Hilfe! Hä? Was hast du für eine Bremse reingemacht, du mieser Sau? Ey, guck's euch an, ich häng im Sitz fest. Der Junge hat einfach meinen Bus kaputt gemacht. Ich häng im Sitz fest, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin auf dem Passagiersitz. Er fährt, er fährt nochmal. Kaum bin ich da. Und jetzt fahr ich auf einmal in dich... Oh, dass du das nicht resettest. Jetzt häng ich hinter dir drin. So, und ich hab meinen Bus endlich zurück. Ja, und meiner funktioniert jetzt auch. Das muss der Profi machen. Ja, ich bin vorhin gerade auch 90 gefahren. Du hast meinen Bus komplett kaputt gemacht. Du hast gerade irgendeine scheiß Bremse reingemacht. Wir haben sabotiert. Ey, nee! Ah, da bist du ja. Moin! Scheiße! Hallo! Der fährt nicht. Ja, was hast du denn für ein Scheiß... Oh, wow, moin! Was hast du denn für ein Scheißbus? Er war dann vorbeigefahren. Nee, da war ein Autos in sich, weißt du. Ach, da bist du ja schon wieder. Ach, moin! Ach, hallo! Ja, komm mal her! Ja, hallo! Oh! Guck mal, links von mir stehst du, rechts steht ein LKW. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Boah, Mann, ey, die blockieren alle die Straße. Ja, von wem das wohl kommt? Von wem kommt das denn wohl? Ja, von dir, du! Ja. Du dummer! Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Nee, ich erzähl dir jetzt mal was. Denn ich bin der wahre Profi. Denn ich schaff es immer abzuhauen. Ich hab den kaputten Bus repariert, den du zerstört hast. Ich bin der absolute Meister. Ich bin der absolute Meister. Du bist der Noob. Du hast den Bus verstellt und hast es nicht hinbekommen, es wieder selbst zu resetten. Ich bin der Meister. So, und jetzt komm ich und f*** dich. Mann! Du musst mal gucken, wie die fahren. Wir stehen hier schon in einer anderen Verkauf. Ja, ich komm mal jetzt zu dir. Da kommt ein roter LKW und fährt noch rein. Warum konnt ihr nicht in ein Auto stehen? Das wäre, wenn ihr es lustig geflogen. Halt's Maul. Schön. Ich war dabei. Schön mit 90. Seit wann sind denn Schilder besser als Busse? Ey! Jetzt geht es nochmal schön zum ZOB. Wenn wir gleich bestaunen, wie der letzte Crash heute schon starten geht. Ja, also ich bin an meinem persönlichen... Ich bin jetzt angekommen. Ach, weißt du was? So. Ja, da sind wir. Ich mach mal den Motor aus. Also, abschließend... Abschließend möchte ich noch sagen, vielen Dank für euer positives Feedback auf TikTok und YouTube für das letzte Busvideo. Wir hoffen, dass es euch dieses Video natürlich auch gefallen hat, bevor ihr natürlich den finalen Crash seht. Lasst euch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert gerne, aktiviert die Glocke und zum guten Schluss sehen wir jetzt noch den wunderbaren Crash. Weißt du, wer jetzt jetzt kommt? Jetzt geh ich zu Fuß, jetzt hau ich dir sowas von in die Schnauze. Servus! Arschgesicht. Ich schreit mir ein scheiß Kefka ein. Und Bussegetausch. Ich kann nicht öffnen, die Tür. Tschüss. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich komm nicht in die Fahrradtür rein. So, ich komme zu dir. Dann mache ich jetzt den ultimativen Crash. Dann musst du jetzt mit dem Handy aufnehmen. Bist du denn? Ja, komm. So. Moin. Zack. So, abgestellt für dich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne, aktiviert die Glocke. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Busvideo vorbei, wo zwei Perspektiven da sind. Und ich würde sagen, ciao! Au. O. 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 Bis zum nächsten Mal.